Boah! Seht ihr ja, meine Hände werden es nicht halten. Mein Körper ist zu schwer, der fliegt nach hinten, das kriege ich nicht hin. So dicht dran wie ich kann. Und sowieso, mach mal. Vielleicht kriegt er mich schon gar nicht mehr hoch. Weil ich mich raufgeschmissen habe. Einer ist oben vielleicht oben erledigt, muss ich nicht feilen. Aber wenn doch, dann muss ich so fest dran sein wie es geht. Dass hier eine Lücke ist. Dass wir uns als ein System bewegen können. Jetzt mach. Hopp! Und dann einfach rüber. Ich mache es jetzt mal falsch. Jetzt habe ich erst angespannt, dann nochmal angespannt und dann geht es nicht. Sofort so wie er mich zieht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Untertitelung des ZDF, 2020